Harz und herzlich, Steffi lebt mit ihren Kindern in Wolfen-Nord. Nach zwei Wochen im neuen Job bekommt die 40-jährige Unverhofft-Post, mit der fristlosen Kündigung. In den Blöcken von Bitterfeld-Wolfen mangelt es nie an einer gehörigen Portion Herzlichkeit. Die RTLZWII-Sendung, Harz und herzlich, begleitet die alltäglichen Probleme, Sorgen und Ängste der Bewohner. Viele Teilnehmer kämpfen mit finanziellen Sorgen und leben von Harz IV, was einige Vorurteile mit sich bringt. Das weiß auch Steffi, sie will unbedingt weg vom Jobcenter, wie Mannheim24 berichtet. Harz und herzlich, Steffi arbeitet in neuem Job und bekommt nach zwei Wochen die Kündigung. In der neuen Folge, Harz und herzlich, Rückkehr nach Bitterfeld-Wolfen, gibt es zunächst gute Neuigkeiten zu vermelden. In Wolfen-Nord gibt es für Steffi Grund zur Freude. Gemeinsam mit ihrer Tochter hat sie einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma ergattern können. Stolz kann sie von sich sagen, ich wechsle diese Woche meinen WhatsApp-Status das erste Mal auf. Juhu! Ich habe Feierabend. Doch diese Aussage ist schlecht gealtert. Nur zwei Wochen später werden die 40-Jährige und ihre Tochter gekündigt. Für die Entlassung der Zeitarbeiterinnen hat ein kleiner Vorfall ausgereicht. Das finde ich jetzt nicht fair, schimpft Steffis Tochter, als sie die Kündigung in den Händen hält. Übrigens, eine weitere, Harz und herzlich, Teilnehmerin schwänzt ihren Jobcenter-Termin und bekommt eine Geldstrafe. Harz und herzlich, auf RTLZWI, Ärger mit der Firma, Steffi fühlt sich ungerecht behandelt. Erst vor zwei Wochen haben sie mit ihrem neuen Job gestartet, dass sie noch vor der Auszahlung ihres ersten Gehalts wieder gekündigt werden, lässt Steffi und ihre Tochter vor Wut kochen. Kurz vor ihrer Kündigung hat das Mutter-Tochter-Duo ein Problem bei der Zeitarbeitsfirma gemeldet. Ich komme mir verra-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Sternchen vor. Ich habe angesprochen, dass da was ist und jetzt haben wir die Kündigung, enthüllt die 19-jährige Tochter. Die beiden machen sich große Sorgen um ihre finanzielle Situation. Wir hängen jetzt in der Luft. Weil zum Amt gehen macht jetzt auch keinen Sinn. Du kriegst jetzt ja kein Geld. Fast Steffis Nachwuchs ihre komplizierte Situation in der RTLZWI-Sendung zusammen. Steffi versteht die Welt nicht mehr. Sie hatte nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit neuen Mut geschöpft und viel Hoffnung in die neue Anstellung gesteckt. Harz und herzlich, in Bitterfeld-Wolfen. Steffi wird gekündigt, Leben von Luft und Liebe. Es ging der 40-Jährigen nicht nur ums Selbstvertrauen. Auch ihre Geldsorgen schienen zumindest kurzfristig der Vergangenheit anzugehören. Dass sie nun diesen Rückschlag einstecken muss, lässt die Alleinerziehende an allem zweifeln. Dieser herbe Rückschlag sorgt dafür, dass Steffi vor laufender Kamera in Tränen ausbricht. Ihr einziger Hoffnungsschimmer. Das Mutter-Tochter-Duo hat sich bereits vor der Hiobsbotschaft bei einer Reinigungsfirma beworben und bereits eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten. Trotzdem bleibt die finanzielle Situation bei der Familie angespannter denn je. Wir leben gerade von Luft und Liebe, so Steffi ironisch. Wir leben gerade von Luft und Liebe, so Steffi ironisch.